Es ist in unserer Gesellschaft schon vieles besser geworden, vor allem im Bereich von LGBTIQ-Jugendlichen, im Großen und Ganzen und auch Transidenten, Menschen im Besonderen. Es ist heute möglich, als Kind zu sagen, schon als Jugendlicher zu sagen, Hilfe zu bekommen. Es hat vieles sich getan. Ich konnte mich als Kind nicht outen. Bei mir hat es viele Jahrzehnte gedauert, bis es so weit war, dass ich heute mein Leben leben kann, glücklich bin, dass ich die bin, die ich immer war, nie habe sein dürfen. Und ich möchte, dass es Hilfe gibt. Und daher bitte ich auch jederzeit euch an, mich zu kontaktieren über den Verein im Internet, über eine Kummernummer. Ruft mich an, wenn es Probleme hat, wenn es Probleme in der Schule gibt, am Arbeitsplatz, mit Behörden. Ich bin auch gern bereit, mit euch wohin mitzugehen, zu reden, zu helfen, was ich tun kann. Denn ich möchte, dass wirklich jeder so leben kann, wie er leben möchte und nicht mehr gezwungen ist, ein Leben zu führen. Nur weil irgendwann einmal vielleicht als Baby die Hebamme zwischen den Füßen geschaut hat und etwas festgestellt hat, was gar nicht stimmt. Dasselbe Vielen Dank.